Michelle Sängerin kritisiert Schlagerbranche, man ist nur ein Produkt. Die deutsche Sängerin Michelle hat kürzlich in einem Interview die Schlagerbranche kritisiert und betont, dass Künstlerinnen und Künstler oft nur als Produkte angesehen werden. Sie fühlt sich in der Branche nicht ernst genommen und hat das Gefühl, dass es mehr um Verkaufszahlen und Image geht als um die Kunst an sich. Michelle betont, dass sie als Künstlerin mehr sein möchte als nur ein Produkt, das von der Industrie vermarktet wird. Sie wünscht sich mehr Anerkennung für ihre Arbeit und ihre künstlerische Integrität. Trotz ihrer Kritik betont sie jedoch, dass sie weiterhin in der Schlagerbranche tätig sein wird, da sie ihre Fans liebt und ihre Musik mit Leidenschaft macht. Es ist wichtig, dass Künstlerinnen und Künstler wie Michelle ihre Stimme erheben und auf Missstände in der Musikindustrie hinweisen. Es sollte mehr Wertschätzung für die künstlerische Arbeit und die Persönlichkeiten der Künstlerinnen und Künstler geben, anstatt sie nur als Produkte zu betrachten. Künstlerinnen und Künstler Künstler